eine abstoßende Sache keine gewonnen Wenn wir in die Geschickte hineinschauen ja lass es gut glücklicherweise ist es keine Todeskrankheit mischen Sie sich schnell mischen so mein 17 Dare gespielt so so Immeer wieder entdecken wir uns dabei wie wir das mit abstoßene einlassen immer wieder gegen den Rhythmus gehen hosted Und das größte Vergnügen ist, mit ihnen Karten zu spielen. Das ist so abgehend. Das ist etwas Unanständiges. Der Worte. Der Tod ist es. Vielleicht gibt es ja wirklich eine Stelle, wo man das macht. Aber wenn du diesen Rhythmus hast, auf den Weg bleibst du drauf. Entscheidend ist der Puls, der muss bleiben. Genau, genau. Annette, die Lampe hat mich ausgeladen. Das Spiel steht aber im Vordergrund. So ein Restaurant. Quatschen, quatschen, quatschen. Du kommst nicht dazwischen. Das ist einfach so rausgekommen. Voll konzentriert sein. Das ist das Spiel. Na, pass auf. So, ey. Fucking shit. Über Ohren. Wir schauen uns das nochmal an. Wir sind auf dem Weg. Wir on track.